Hallo Hallo Amonakoy Sikrim Oh was Doktor Aber man Doktor das Doktor das Doktor das Doktor das Doktor das Doktor das Du warst aber ganz so lange nicht mehr auf dem Baumhof, drei Tage, ne? Doktor das? Achso, ja Das letzte Mal hast du gespielt am 26. Mai Ich habe auch noch genug Folgen Ja, das geht halt nicht nur um Folgen, mein Junge Doch Na um Spielspaß Ja, das auch Außerdem habe ich mich momentan ein bisschen überspielt Doch, nur ein bisschen Schade Falsch angewinkelt Sollen wir endlich aufhören zu bohren? Vor allem, was bohren die da die ganze Zeit? Ja, das ist bei uns auch immer so Ja, wenn die hier bohren, dann bohren die immer so ne Löcher Keine Ahnung, die ganze Wand weg oder so Ich frag mich auch immer, was die machen Vor allem jeden Tag Oh, Alter Hilfe, Hilfe, Hilfe Tornado, äh, äh, äh Alter, was war das denn gerade? Alter, ich wurde gerade förmlich vergewaltigt Alter Oh, Alter Alter Weggeboxt, äh, Turbo gegeben, dann im, dann im, hier, Wirbelsturm gefangen Mit Turbo Nee Alter Alter Pure Vergewaltigung Alter Oh, Shit Ey, du hast nen Freak Freak Ich hab nen Pimple Boot weggebroht Oh, Alter Der wurde immer gar nicht Ich kleb mich erstmal wie Spiderman an ner Wand Was zu Oh, war das knapp Alter Wer, oh wo Oh, war das knapp Wer hab mich dann gerade weggekickt, das würd ich gerne mal sehen, Alter Das war n, äh, Gegner Jaja, klar Ach, das war der Avalon Alter Don't push me Ja, mach das. Was für ein Killer, Alter. Er kickt mich weg und sagt zu mir dumm Puscheln. Ich kann ja seine Mama mal ein bisschen Puscheln, Alter. Boah, ich berühre, ich kann... Das ist so nervig. Diese Scheißhausgabe. Schade! Und krieg den nicht mal rein, dieser Spacken. Egal, einfach nicht aufregen. Ach! Sehr gut, sehr gut. Och, du, jetzt hat der nächste da... Sehr gut. Ich hab... Nein! Schade, hat er da... Die Scheißhausgabe war ein Fehl... Ja, du, das ist ein Fehler. Ein Geburtsfehler. Das war unser Kollege! Alter! Das ist doch nicht sein Ernst, oder? Oh! Was für ein Spaten! Und jetzt fährt er da... Ähm... Was ist denn los für den Typen? Ich... Ja, ich... Äh... Ich bin... Äh... Oh, nein! Nein, 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 nein! Ich hab den jetzt auch noch mal Togo gegeben. Ist dann zweimal bestraft. Aber, ja, aber... Das war aber jetzt knapp von dir. Das war nicht knapp von mir, denn ich wurde geportet. Ach so. Ach so. Oh, das war dann... Wow. Das wäre ein nices Tor gewesen. Oh, 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 oh. Guck mal bitte gleich. Ich hab dir den Weg freigemacht. Guck mal bitte gleich. Unabhängig. Wenn man das noch sieht. Ach, nee, schade. Ich dachte, das sah eben anders aus. Das sah eben so aus, als wenn er gerade auf mich losrollt. Oh, 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 oh nämlich verarschen da hat das extra gemacht der penner ich habe den leicht abgelenkt mit das ist wieder so ein spiel aber das knapp kommt den ruhig mehr auch nein okay ich muss mich auf den ball konzentrieren nicht berühren alter haben auch noch turbo gegeben weiß wieder nach oben vertreten achte ab auch auf dem meister wie so eine möge morgens morgens die dritte hat kein kreft aber dabei auch man sieht ob ich mir nächsten monate endlich mein Was, warst du das mit dem Pömpel? Nein, ich war das mit der Faust. Der wäre genau in Richtung Tor gegangen. Nice reingedreht. Bei dir heißt das hier, bei Rumble auch nicht schlecht. Einfach nice reingedreht. Und was ist nächsten Monat? Ob deine Figur kommt das? Nee, nee. Ja, das auch. Nee, die kommt dir, die, äh. Nächsten Monat ist ja erst Dezember. Ah ja, die kommt in der Nacht, oder? Nee, im Dezember ist erscheinend zu mir. Ich denke mal, die wird auch im Dezember kommen. Oh, sorry. Mach nix. Ach, fuck. Der kam zu schnell. Sorry, das war ich. Nee, was ich sagen wollte, mal sehen, ob ich im spätestens Jahr nur mein, äh, mein, mein, Mikrofon zusammenkriege. Alter, was zur... Meins, 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 meins. Äh. Ich schwörste, ich wette mit dir, dass ich keinen Unterschied feststellen werde. Weißt du, warum? Weil, um eine richtig gute Soundqualität zu kriegen, brauchst du auch eine Soundkarte. Ja, aber das, äh, ich wette auch, äh, ich wette auch mit, äh, mit nem neuen Mikrofonen, äh, deutlichen... Scheiße. Das werd ich ja dann sehen. Ja. Ich, mit zweifelst. Weil, wie gesagt, irgendwann kann der PC selber nichts mehr rausholen, weil du ne Soundkarte brauchst. Ja, aber ein Billig-Mikrofon wird, äh, jemals, äh, gegen ein, äh, Membranen-Mikrofon ansteigen können. Naja, weiß man nicht. Ich mein, du hast für deine 7-Hour-Zeit, ich hab für mein Head-Zeit 50, äh, also knapp 60. Head-Zeit ist auch was anderes. Ja, Head-Zeit ist trotzdem was anderes, weil das halt diese Mini-Mikrofone sind. Und da ist ja selbst meiner noch ein bisschen größer. Ich mein, äh, ich sag's, es wird sich nicht viel anders anhören. Boah. Tut ihr da nicht so viel erhoffen. Boah, glaub mir. Vielleicht werde ich am Anfang irgendwie noch Soundprobleme haben, weil ich bestimmt noch, äh, äh, vieles umstellen muss und so weiter. Aber, äh, ich will so gesagt haben, dass du nicht denkst, dass da jetzt irgendwelche Luftspornen kommen oder sowas. So oder so brauche ich ein, äh, neues, äh, Mikrofon. Äh, also... Äh, äh, wenn, äh, wenn ich jetzt halt, äh... Gut. Ich mach das jetzt schon fast ein Jahr, dass, äh, die Let's Play ist. Da werde ich wohl, äh, jetzt nicht damit aufhören. Ja, ja. Vor allem, weil es mir auch Spaß macht. Oh! Geiles Tor. Ach, ne, doch nicht. Geiles Nicht-Tor. Au! Was? Geiles. Bitch. Hä, hä, hä. Oh. Ja, da kriegen wir den Scheiß-Ball nicht mal ins Tor ohne Gegner, so richtig. Ja, das ist ja, wie das Spiel jetzt ausgehen wird. Äh. Slayer-Zieger. Äh, Zeekox. Ah. Oh Mann! Oh Gott, haben wir hier ja gerade... Viertel nachher, das ist doch das letzte Spiel. Waaas? Äh, ja, real life, oder? Waaas? Äh, hast du eigentlich geschlafen die Nacht? Nö. Äh. Äh. Boah, Alter. Schade. Alter. 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 Boah, was? Äh. Ich hör mal ja auch jetzt, mich hier hin und her zu kummeln, das tut doch nicht recht. Ich konnte nicht eine Sekunde in Ruhe spielen, weil ich andauernd hin und her gehauen wurde hier. Wie ich da... in der Kamera meinen Arsch hin, Alter. Ja, mein Popo. Hör mal, Harry, jetzt bitte. Kannst mal lecken. Was? Mal lecken? Äh. Der Pömpel. Ne, sowas hat Pömpel. Boah, Alter. Entschuldigung, das war ich. Boah, was ist doch? Ah, boah. Ich hab mal den Ball gekriegt und wenn ich jetzt der Faust Gottes hatte, ey. Oh, nochmal. Oh, Alter. Das war knapp. Na, klasse. Wer macht denn sowas? Nein! Das war sowas von knapp. Bitte komm zu mir. Ja. 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 Scheiße, das war ich. Oh, sehr gut. Nee, nicht sehr gut. Schade. Warum kann sowas nicht wahr, wie erst abgelenkt werden? Weil wir zu geil sind. Weil wir zu geil sind. Schade, dass dein Magnet hatte. Das ist das Problem. Ja. Sonst hätte ich den geklärt gehabt. Ja. Das war auch richtig geil. Richtig, richtig geil. Super geil. Ach, scheiße, wann... Oh, Hilfe. Ah, scheiße, ich hab meine Stachel noch so aufgefallen, iiiiih. Und ich mein... Magnet. Hähnchen trotz, äh, Wind und Wetter. Was, Alter. Herrlich immer, ausdeutsch ja hier, Alter. Mach ich mit. Ja, komm mal mit. Nein, du sollst mitkommen, du blöder Ball. Das war viel zu schlapp geschossen. Hui. Der geht drin. Fast rein. Oh, was zur Hölle. Und Ritter. Oh, schade. Autsch. Das war ich. Oder? Ne, das glaube ich nicht. Noch ist ab. Da ist aber alles dran. Äh, ja. Den kann doch... Was ist das denn drin? Höhne? Das sowieso nicht. Gibt ja immerhin, äh, auch Belohnung dafür. Naja. Ab und zu. Das war wohl nix. Cool. Äh, wenn man, äh, hier diesen Enterhaken hat, dann, ähm, kann man nicht weggekickt werden. Äh, wie bin ich denn da sauber rüber geflogen? Ja, manchmal ist das halt. Oh, Alter. Was? Oh, Alter. Hilfe! Oh. Alter! Alter, was war das denn? Schade. Oh. Alter, was war das denn? Das war meine Vorlage, Alter. Ja, das war Ultra. Alter. Bam. Und in dem Moment wurde ich weggeteleportiert. Boah. Shit, Alter. Wie ist denn der so schnell gewesen, dass ich den da weggezogen hab? Ähm. Ja, ähm. Du hast ihn mir voll auf den Kopf gedonnert. Ach du. Alter, Alter. Der ist, der ist, der ist, der ist mir am, äh, auf dem Dach, äh, äh, weggeglitten. Alter. Ah. Oh. Geil. Oh. Na! Oh, zum Glück hab ich mein Eis aufgehoben. Aber wir haben, äh, die haben einen Gegner, äh, Spieler weniger! So schnell konnte ich nicht reagieren. Und bestellst du den Freitag wieder ne Pizza? Nee. Samstag. Ach ja, Samstag. Stimmt, ja. Oh, kein Freitagswege. Oh. Okay. Macht er nix dafür, ist er, äh, einen Tag später macht er auch nix. Oh, Alter. Nämlich Dieter. Äh. 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 Macker. Lena. Alter. Wie ich mich immer weggekickt wär. Oh, Scham. Hier ist noch ein Teil. Hier ist noch ein Teil. Oh, Sch... Nein! Du Arsch! Alter, ich hätte gerade die Faust Gottesdach dran gehabt! Alter! Du Arsch! Ich hätte ihn sogar vielleicht auch ins Tor gekriegt! Nein! Oh! Was für... Das... Alter! Alter! Ah! Ah! Der... Der Eigentor-König ist wieder back! Back in business! Ah! 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 Jo, das ist... Oh! 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 Nein! Oh, Mensch! Alter! Ja, der kam zu knapp! Ja, der kam zu knapp! Ich war zu knapp! Also... Ich war zu dicht dran! Ich hab das zu spät gesehen, dass du dann, ähm, äh... Nö! Der geht nicht rein! Oh, ach, puh! Sauber! Was ist doch das denn? Was hab ich denn denn für einen Stopping hingelegt? Sieht man das noch? Nee! Alter, nice! Was war das denn für ein Magnetor? Nicht schlecht! Das war nice! Äh... Das war immer ein Fehler! Boah! Ja, weil ich, äh... Ja! Da hab ich gepennt! WelW. 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 Wie, der hat viel Pech in dieser Runde! Ja, du alter przez. Ah, siehst du, und viel, äh, äh, unkönnen. Unkönnen. Boah, du Scheiße, Alter, was? Boah, was? Boah, hab ich ein Glück? Pampel-Alarm gewesen. Oh, ich hab fast eine Eignatur gemacht. Boah, irgendwie ist er... Alter, sieht man das noch? Nee. Boah, ich hab den da... Alter, Schwede, ich hab genau auf den Ball zugehalten und den eigentlich erwischt. Boah. Alter, das wär ein geiles Tor gewesen. Oh, das macht... Oh, Brummkreisel. Nichts bekomme. Ach ja, genau, äh, Kiste öffnen. Ach, ich hab schon zwei Champions-Kisten, drei neu. Oh Gott. Äh, Garage war das, Inventar verwalten. Äh, da haben wir die. Champions-Kiste zwei. Mal gucken, was wir... Ach, das ist die Kiste mit den... Oh, mit den... Äh? Was sind da andere Sachen dran? Nee, das ist das genau. Das will ich haben und das will ich haben. So, Schlüssel benutzen. Zwei habe ich nur noch. Äh. Äh. Also irgendwie Kiste drei sind gar nicht so gute Sachen drin. Nö, ne, ne, doch. Also doch, äh, doch geht. Felgen finde ich, glaube ich, ziemlich... Wann nicht es nicht geil. Ja, 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 ja. Ja. Diesmal habe ich ein bisschen mehr Glück. so habe ich schon fahrzeug gerade hier nehm ich ihn alter so sieht man das am besten da muss ich mal gucken alter geile lackierung den tue ich jetzt mal ein bisschen auf das ist erinnert sich sogar an auch ein leicht die farbe von den das ist pink jetzt hat er sich im jahr währenddessen tun wir noch mal weiter das gehört jetzt noch dazu wollen wir das mal in giftgrün machen dann aber irgendwie noch er das ist die kacke aus das sieht schon nice aus das dagegen irgendwie nicht hoch oh das sieht so nice aus die felgen bleiben nein das auf gar keinen fall da gehört und jetzt noch die film blitzfelgen dazu und alter das wäre dann so geil ja 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 Hmm. Lalalalalalalalalala... Lala! Ça, c'est pas terminé. Oh... Wir könnten auch eigentlich auch die Flaggen auslassen. Das wäre eigentlich nicht schlecht. Weil das sieht dann halt von vorne so blöd aus. Wäre halt dieses Schwarze da nicht. Dann wäre das richtig geil. Aber gut. Nehmen wir mal die weiße Flagge. Okay. 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 Ja, 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 ja. Was ist das für ein Auto? Der Merck. Auto anpassen. Äh. Thunder Merck. Ja. So. Und jetzt haben wir unser... Ja. Schade, dass ich jetzt gerade keine zweite Kiste habe, weil sonst hätte ich nämlich jetzt noch mal zeigen können, wie die hier die Donnerfelgen noch dazu aussehen. Weil es gibt ja hier noch diese Felgen, die dann halt blitzen. Das würde dann sowas von geil passen. Naja. Ich würde dann mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Okay. Tschüss. Ja. 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 Ja.